Ein ganz normaler Werbespot startet mit einem aufmerksamkeitserregenden Bild. Höp, danke. Und ein paar emotionalen Zähnen! Dazu harmonische Momente. Mit glücklichen Menschen. Ein ganz normaler Werbespot zeigt möglichst früh das Produkt. Und das macht meist jemand, der besser aussieht als ich. Und dem man deshalb auch die banalste Botschaft abkauft. Freedom is in you. Dazu noch ein paar Bilder, die irgendwie Freiheit sagen. Ja, ist klar. Und was jetzt noch fehlt, ist eine ganz normale Kundenmeinung. Also, dass die Sparkasse jetzt Apple Pay hat, finde ich toll. Sonst noch was? Ein ganz normaler Werbespot hat übrigens eigentlich eine andere Stimme. Okay, kann ich auch. Ich veredle die Produktszene. Und das Abschlussbild mit allen zufriedenen Kunden. Aber nichts vergessen, unsere Markenbotschaft. Na klar, Sparkasse mit Apple Pay. Ganz normal. Einfach sicher und vertraulich bezahlen.